Scheiße, ein Ereignis zieht das andere nach sich. Jetzt erlebt ihr nochmal hier, es war jetzt eigentlich auch nicht so geplant, eine Kurzdiskussion oder eine Wette mit dem TOS, also mit meinem Eheweib. Und wenn das dann wieder interessieren sollte, VK, Bitshut oder Telegram. Der TOS war ja schon auf jeden Fall zwei oder dreimal bei Wake News Radio, Wake News TV, bei meinen Schlafstopp-Sendungen. Wir sind ja da komplett konträr, aber vielleicht können die Menschen, die sich dann das dann nachher anschauen, auf dem Hauptwitt, dann vielleicht auch noch was draus ziehen oder nachdenken oder sonst was. Also, schaut's euch an.